so hallo leute heute wieder mit 427 übrigens ich bin's der manuel auf der map caroline ja letztes beim mein vorstellungsvideo war ich ja auf der anderen seite drüben habe ich mir so rum gefahren und heute fahren wir mal so rum nein ich fahre mal noch links ich bin zwar noch nie nach links gefahren aber ich war noch links ja dann geht es los so also wir nehmen wieder mit meinem hätte das auf beziehungsweise ich hätte es sage ich immer dazu weil das ist das was ich halt dann rede nicht so gut ist wenn man sich man das nicht so gut hören kann ja um die seite bräuchte man ziemlich gute panzerung ja es ist einfach so sind die blöd warum schießen die sich gegenseitig ab was blöderes gibt es nicht mehr mal jetzt mal wenn man ein mit absicht wenn man unabsichtlich trifft meinetwegen wenn jetzt gerade meine schussband einfährt und ich schießt aus versehen dann ist es jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie besonders oder nicht schlimm aber jetzt wenn du mit absicht in eine reinwirkst da kannst du dich das selber beschädigen weil dein team dann er verlieren kann das kann einfach nicht gut sein wenn jetzt immer wenn ich jetzt gegen mein freund spiel in ihr in ein übungsgefecht dann kommen wir sowas machen aber jetzt nicht hier zur t46 muss man natürlich aufpassen der gute kanone wenn er sie hat getroffen getroffen so aufpassen wie der t46 der aber nicht die gute kanone wer will noch mal wer hat noch nicht so dafür dass hier noch nie entlang kommen dann habe ich schon ziemlich gut gezockt ich habe besitzt er da muss ich ja gegner selbst zerstört haben ja da oben ist an die 127 mit dem wo ich eben spiele und morder 2 ja das ist saubern ist auch von den gegnern hier so morder 2 schauen wir schon ob der auf mich zielt sonst hat man wieder auf normal munition um weil ich jetzt nicht unnötig geld verschwenden will weil es halt doch viel kostet geschafft panzer führer ziehe zerstört auch von ihm oder zwei so natürlich sind punkte wichtiger also fahren wir hoch passt auf unsere flanken auf unsere flanken natürlich wollen die gegner das ist verändern immer und von joh und ich war es ja scheiße munitionslager das muss ich natürlich reparieren dann leider kriege ich kein krieger aber uh ich habe immer fünf kills und was habe ich noch gehabt bekommen abrams medaille zweite klasse was wir machen für die gesamtzahl des teams sie wie bei denen das spiel überlebt hat in vier abstufungen keine ahnung gibt das kz überlesen können ich bin wieder mal der beste weshalb gegen 22 direkt 16 wirkungstreffer 16 schaden 610 treff erhalten 20 gegen den deck 3 gegen sich beschädigt 6 gegen stets zerstört fünf schaden durch aufklärung 387 und eroberungspunkte 5 gefahrene kilometer ist völlig egal gesamt erfahrung ich bekomme 1500 5780 kreditpunkt habe ich bekommen insgesamt mit ohne abzüge mit ohne mit abzüge habe ich so viel bekommen ohne abzüge 12 1676 ist mein lieblingspanzer ich bin mit ihm auf deswegen kann ich auch ziemlich gut mit dem spielen ich kann ihn nur weiterempfehlen wie viele kostet habe ich keine ahnung kostet in etwa so 900 gold 900 gold sind ja man kann ja bloß man kann nicht direkt den panzer kaufen ich rechne es mal aus und dann sage ich euch mal okay gut dann bis zum nächsten mal nein zuerst ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat könnt ihr dann hoch machen wenn ich damit unter eine verbesserungsvorschläge habe kommentaren schreiben in den kommentaren wir werden uns gerne über ein abo freuen und ja bis zum nächsten mal